Servus Leute und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Bambi Plattfuß und ich wollte euch eigentlich mal nur kurz mal mein neuestes Projekt zeigen und direkt hier seht ihr auch schon das erste Teil meines Projekts und zwar sind das Flipperbeine. Ich möchte mir nämlich einen virtuellen Flipper bauen und ich habe mir ein altes Gehäuse gekauft, zeige ich euch gleich und ich habe jetzt diese alten Beine hier nämlich abgeschliffen und neu lackiert und damit die wieder nicht schön schwarz sind. Des Weiteren habe ich hier schon Schütze mir besorgt, ich habe hier RGB Licht mir besorgt, ein schönes 2.1 System hier besorgt. Hier sehen wir noch ein paar Schrauben und nach einem kurzen Cut zeige ich euch das Gehäuse. So hier stehen wir also vor meinem Gehäuse, dass man virtueller Flipper wird. Es war mal ein Williams Swords of Fury, wie ihr hier sehen könnt. Und es ist nicht mehr in dem besten Zustand, das ist mir klar. Macht mir aber auch nichts. Es ist auch ein altes Gehäuse. Es ist ein V-Pin. Ich habe jetzt hier schon die Kassentüre neu lackiert, ein neues Schloss eingesetzt. Ich habe die Lockbar und alle Metallteile poliert. Hier innen seht ihr es ja noch. Ich drehe mal kurz die Kamera. Es ist noch nicht wirklich viel erledigt. Hier drin kommt dann ein PC rein. Dann kommen die Schütze rein, wo Klack-Klack machen, eine Platine rein, Lüfter, Subwoofer-System. Und hier oben drüber wird dann ein Fernseher kommen, das das Spülfeld simuliert. Hier oben kommen dann auch noch zwei Fernseher rein, das dann den Rest simuliert und eine Holzplatte. Und wenn das alles verdrahtet ist, werdet ihr natürlich dann sehen, wie es fertig ausschaut. Ich werde auch noch so das ein oder andere Video während dem Bauprojekt mitmachen, nicht mitmachen. Aber im Großen und Ganzen, wie ich irgendwelche Metallteile poliere, das wollte ich euch jetzt nicht antun, weil so interessant ist es dann auch nicht. Ja, was fehlt noch? Ich habe hier noch keine Knöpfe dran. Hier werden insgesamt vier Knöpfe hinkommen. Hier kommt eine Abschlussstange hin, die habe ich mir aus dem 3D Drucker machen lassen. In Originalgröße natürlich. Dann kommt hier noch mal ein Knopf hin. Die Beine fehlen noch, seitlich fehlen noch die Knöpfe. Ja, aber im Großen und Ganzen sieht es eigentlich bisher schon ziemlich ganz gut aus. Ja, solltet ihr irgendwelche Fragen haben zu meinem Projekt? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare rein. Ansonsten sieht man sich im nächsten Video wieder, wenn das ganze Projekt hier etwas weiter ist. Aufgrund dieses Projektes habe ich bisher auch noch nicht so viel Zeit gehabt, irgendwelche andere Videos zu machen. Aber ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei, wenn es wieder heißt, Projekt Vipin Virtueller Flipper. Bis dann, ciao!